Radio SAW Aus aller Welt reisen die schönsten Vertreterinnen ihrer jeweiligen Länder an, um am 4. Dezember an der Miss-Interkontinental-Wahl 2014 im Maritimhotel Magdeburg teilzunehmen. Übrigens, 1993 ging der Titel nach Deutschland. Verona Feldbusch gewann damals die Schönheitskrone. Die meisten Titel, insgesamt vier seit 1971, holten sich Mädchen aus Venezuela. Viva Radio SAW